Bis ein Heut mit den Autos, ja? Ey, das war nicht nett. Erster. Nefi. Natürlich nicht. Na du Scheiße. Buenas noches. Renos. 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 Es wurde gesagt, ich darf mich guten Abend sagen. Deswegen wollte ich es witzig machen und habe mich verhasst. Das war doch witzig. Vollkommen richtig. Also, ein ganz normales Salon, herzlich willkommen. Renos. Ich glaube, ihr wisst, was das für ein Video ist. Da steht immer in der Titel. Nefi, Tau Tau, der Gäge. Ey, hier ist neuer Raum. MagFly, Juli, Kundran, Bisk und Goro. Hallo, Niel. Hallo, Niel. Nein, können wir ihn Pablo nennen heute? Pablo. Oh, sorry. Das ist bloß Juli, den machen wir. Den machen wir, Juli. Wenn es einer von uns wäre, der andere hat nichts gesehen. Komm schon, Juli, er flieht. Er flieht. Juli, komm, er flieht. Hier, schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Schnapp du dir. Los, halt ihn, halt ihn doch. Du lässt ihn laufen. Freedom. Hinterher. Los, Juli, wir schießen einfach auf ihn. Wir kennen dich. Wir schießen ihn von dem Auto. Ja, auch. Jetzt, wenn es losgeht, schieß, Juli. Schieß. Red. Anfangs-Leg. War ein Anfangs-Leg. Traitor-Leg. Anfangs-Leg. Oh Gott. Oh Gott. Alle hängen geblieben. Was passiert bei dem Kopf, Toto? Toto? Es go. Was? Juli, ist es wirklich? Juli, ich hab nichts gesehen. Juli, nicht schießen. Nicht schießen, ich hab nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen. Hins am Haus mit dem Pool. Ey, lass du das. Er hat doch nichts gemacht. Ich hab's nicht 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 gemacht. Das war doch so abgemacht. War eine Anweisung. Ja. Mir ist zu leid, da. Schau. Ey, ey, das war nicht abgemacht. Ich hab's nicht gemacht, ey. Ich hab gesehen, er wurde direkt im Auto erwischt. Ja, ja. Gerade, wo der Timer auf Null ist. Juli, komm, Melonen-Wettrennen. Ganz hinten ist neuer Raum. Guck mal, mit Melonen und so. Melonen? Ich hab kein Kredit gekriegt, der Stäter. Kein Kredit? Wenn ich hier eigentlich wieder selbst bin. Alter. Hm? Wie schnell geht die Tür wieder zu? Warte, mach die auf. Danke. Hallo? Ich bin gerade im Auto vorbei. Oh Gott! Hallo? Wo seid ihr alle? Hallo? Okay, Maxi ist schon mal tot. Kunder und Nef, ihr könnt euch duellieren. Hä? Ne, ich wär ein Heli. Hey, was ist das? Gowu ist tot. Voll die Effekte hier. Nein. Wir hätten da auf den Tisch gemacht. Wir wissen gleich, ob es da abkaut, Darlou. Make fly. Danke. Verzieh dich, Fiss. Danke. Nein. Du schießt es doch. Du bist Darlou. Scheiße. Warum ist es jetzt Darlou? Nein, da war Darlou. Ich hab ihn gesehen. Wir suchen Kunde, aber ich glaub, ne, wir sind schon tot. Wie viele Punkte hast du denn noch? Tau, Tau. Moment, du brauchst mal ein Radar. Komm hier rüber. 1, 2, 2, ist es weg. Noch einer von euch beiden ist es. Dann ist es noch guten Radar. Was macht dich jetzt Zeit? Ich habe McFly erschossen. Okay. Und du das sagst? Wenn du mich jetzt abschießt, weil du dich verzählt hast, ne? Hä? Wer hat mich schon wieder verarscht? Musikalisch unmöglich. Glück, Presse. Na ja, doch, Nefi. Warte, was er will. Wo ist denn? Der ist schon wieder. Ja. Scheiße. Yes, this guy is. Verdammte Scheiße. Red, wenn ich es will, ist ja nicht nur mit zwei. Wo seid ihr? Im Untergrund. Ich hoffe, ich starte beim nächsten Mal dann wieder hier. Gut gemacht, Julie, ich bin stolz. Das war der Auftrag. Oh, wo bin ich hier gestorben? Ich habe ja auch nichts gesehen. Ich bin doch ja bis zum Ende. Meine, meine, meine. Alles gut. Du bist rausgeflogen? Überfahren, ne? Jemand hat die Map bearbeitet. Durch den Anfangs-Lag? Ja, er wollte über das Auto springen und in dem Moment, in dem es losging, hat er gewusst. Verdient aber auch ein bisschen. Aber auch wirklich. Eine Zehnung Sekunde eher und er wäre respawn. Jetzt geht's, meine alten Feinde. Meine alten Feinde? Die Autos. Kameraden. Das ist doch so ein Technikhasser. Ich hasse Technik. Der hat ja noch eine Kutsche. Kommst du hin, Julie? Abgenickt vom Technikhasser. Ich geh wieder. Abgenickt. Abgenickt. Technik. Wart auf mich mit Fly. Du wusstest ja nicht, dass da wieder der Stalker ist. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ich habe mich zu suchen. Du weißt, was das Gericht hier gesagt hat. Tau, tau. Oh, jetzt ist das geklaut. 50 Meter Abstand, mindestens. Nee. Links, rechts, links gucken. Komm her. Bis ein Häufchen mit den Autos, ja. Hey, das war nicht nett. Erster. Nefi? Natürlich nicht. Oh! Was war das denn? Goro, die Shopping Queen. Goro. Jetzt hat Nefi vom Haus geschubst. Nein, ich bin, nein, 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 Moment, Moment, Moment. Ich bin aus dem Tunnel rausgekommen, bin um die Ecke gelaufen und bin auf einmal auf dem Dach gespawnt. Was war das? Das wäre das nicht tragisch, wenn du jetzt von der Dach gefahren bist. Das war der Anfang, Slack. Ich habe gerade versucht, nur vom Dach zu schubsen. Dann hat er die Teleportgarten auf Nefi gemacht. Ach, das ist gut. Oh! Pass auf, das ist ein Disco da oben. Pass auf, ein Auto. Hey, hier wird das ein Nipperino. Heil mich wenigstens wieder, ey. Wieso? Ich habe dich nicht vom Haus geschickt. Ich habe mich nicht vom Haus geschickt. Nein. Alter. Goro, komm. In der Baustelle sitzt irgendein, äh, alter Camper. Hör mal auf zu schnappern, meinst du? Nein, ich bin hinter Goro. Nein, ich bin hinter Goro. Er läuft ja raus aus der Straße rum. Hey, da hat doch... Hier, da hinten war einer abgestochen. Tautau ist es. Ah, Auto. Ach du. Ey, Juli, du rennst weg von Tautau. Juli könnte es auch sein, Dalu. Nein. Für... Nein, ich hing im Lastwagen fest. Hängen geblieben. Hängen geblieben. Hängen geblieben. Hängen geblieben. Hängen geblieben. Ich sterbe, Juli. Boah. Wer ist es hier? Ja, die Scheiben sind voll zersprungen. Und ich spring so raus. Der Geertsched. Pool ist nicht voll. Aber ich möchte noch mal anmerken, Julie hat den Tat, also Julie ist schnell weggerannt von Tautor. Nein, ich hab mich aus dem Lastwagen rausgekrüppelt. Das war echt wie so ein Actionfilm. Was? Sekunde, okay. Wie so ein Actionfilm. Oh nein, das wird so weit. Ich weiß es. Volle Ladung Action. Gewalte Ladung Action. Achso, Grants ist das, okay. Ich dachte jetzt, ich muss Angst. Ich will Tautor hier wegschmeißen. Hilf mir mal. Die Respektlos. Respekt? Du bist versteckt schon. Ohne Speck. Ist einer gestorben? Wo? Der DT ist gestorben. Komm, wir werfen ihn runter und dann... Nein, Mann, das kam von der anderen Seite. Mit der AWP, Call Detective. Ja, weiter. Ja, die Detective ist tot, ist das Problem. Der DT kam auch von der anderen Seite. So, dass man mich dann von der Straße nicht töten kann. Vielleicht wurde gestorben. Fisk ist es. Der ging auf Grants und mich auch. Ich bin scheuer, das ging auf mich, Mann. Ich wollte nur mal... Koro ist tot. Koro ist hier. Mach doch immer nur den Spruch, Fisk. Ich weiß. Ist er im Friendship gestorben? Koro ist wahrscheinlich im Friendship gestorben, ja. Dann war es Juli. Fisk ist gestorben am Feld. Ne, gesnipert, gesnipert. Wood gesnipert. Ja, Nils snipert auf der anderen Seite. Nils ist es, Nils. Ja, Juli und Nils könnten sich ja duelieren, aber ich Juli gerade gesehen habe. Juli oder wir töten gleich. Und er snipert auf den Töt... Tau-Tau-Mörder. Ach, scheiße. Nils war mal Tau-Tau-Mörder. AWP. Was war ich denn dafür, wenn du... Danke. Das war ich nicht. Du hast das doch genau gesehen. Alter, das schwächere Juli. Wirklich nicht, wirklich nicht. Ich hab dich beobachtet. Koro stand die ganze Zeit bei der Leiche rum und du schießt den Friendship rein. Ja, aber ich hab's ja... Ich stand den nicht nah an der Leiche, als ich den geschossen habe. War was Persönliches. Ich weiß. Ich hab halt extra den Friendship dahin gesetzt, weil ich gewusst habe, dass da jetzt einer hingeht, um die DNA zu kriegen. Weil ich wusste, ich erwischt dann den nächsten Date, was ich auch gemacht habe. Ihr spielt alle TTT falsch. Vollkommen richtig. Lass Kundran erst mal fragen, wie man richtig spielt. Das ist schon wieder Kundran. Gestern hab ich euch das gerne erklärt, aber heute ist... Kundran hat doch auch ein paar Tutorials geladen. Er hat doch gestern zwei Tutorials geladen. Eigentlich heißt er auch Herr Kundran. Oh mein Gott! Alter! Wieso ist das nicht hochgegangen? Ich weiß es nicht, aber... Das macht dich jetzt nicht gerade unverdicht. Ich mach sowas doch immer. Ja, aber danach drauf schießen? Hä? Wie oft bist du schon bei mir gewesen? Kundran, ey, mehr als tausend Folgen. Ja, eben. Hier hat einer gesüffelt gerade. Da ist doch gerade irgendwas hochgegangen. GOO! NICHT! Das war's! Das war's! Ich hab einen Credit bekommen. Einen Fehler gemacht. Einen Traitor ist gestorben auf jeden Fall. Die Credits. Bei mir sieht man die Aut... Ich wollte das Auto auch nicht sehen. War mit Absicht. Ja, ich wollte extra drüber springen, dann kannst du auch in Ordensicht sagen. Ich bin in Ordensicht. Wir haben also in Ordensicht mal gesagt. Und mit null Fans mitzuschreiben da, ey. GOO! GOO! Warum bist du so hört? Weil ich Glas getötet hab. Alles klar. Hinter mir, Nils! Aber es tötet er eigentlich. Von da oben. Was tut das? Aber es hat auf jeden Fall mitgeschossen. GOO! Und das könnte da nur gewesen sein? Die Mauer kriegt man nicht kaputt. GOO! 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 Ich war voll weit! Was soll die Scheiße? GOO! 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 Ich war voll weit! Danke, ey. GOO! Ich war voll weit! Dafür verrate ich jetzt, dass es ne viel ist. Ich glaube, es ist McFly. Er will nämlich schon wieder viel weiter. Ich hatte Glück, dass ich nicht überfahren wurde. Ich hab gleich gesehen. Tschüss. Ein wahre Auto kann einen nicht töten. Nein, kannst nicht. Das aber umso mehr. Unsichtbarer kann einen nicht töten. Das aber ist umso gefährlicher. Unsichtbare Batmobile? Unsichtbare Batmobile. Ich riskiere das jetzt. Es kann sein, dass es mich jetzt doch erwischt. Das Auto wurde zur Tasse und ist deswegen unsichtbar. Fährt die Tasse mit? Nee, ich hab die Tasse eingesammelt. Dann lass ich mich jetzt noch mal schieben. Mal gucken, ich riskiere es jetzt. Sonst kommt bestimmt das Rote. Sieht gut aus, ja. Rende kommt auf einmal das Rote. Heli! Heli! Wer wird abgeholt? Wissen sie es. Das ist Tautau. Hallo Fisk. Na? Ist es Tautau? Mag ich nicht, wenn du hier oben bist. Tautau oder Fisk sind. Ah ne, Fisk ist Tete, dann ist es Tautau. Fisk ist Tete. Er wehrt sich nicht mal. Hm? Tautau hat Grants mitgenommen. Sorry? Fuck Feuer, ey. Er ist auch gar nicht hier. Wo ist Tautau? Ich schieße dich gleich ab, ey. Okay, ich gehe in my way. Lass Tautau erstmal töten und dann können wir darüber diskutieren, was bloß ist. Mein Baby flog. Es war Fisk. Und zwar... Es war Fisk. Wie Fisk. Ich bin Detective. McFly is es. Oh. Lies sich ähnlich. Und Tautau. Es war Fisk. Es war Fisk. Ich war auf einer Mission. Ich war auf einer Mission. Deswegen war ich ja so sauer, dass ich wiederbelebt wurde. Tautau war das ja. War ihm egal, aber sofort in Rage, ey. Der erste Traitor, der sich beschwert, wenn er wiederbelebt wird, ey. Und wieder Detekt, ey. Und wieder Detekt, ey. Und wieder Detekt. Ja, habt ihr das alle aus? Weißt du, wo es hingeht? Und wieder Innozent. Und wieder Innozent. Und wieder Innozent. Und wieder Innozent. Hey, du warst eben gar nicht Innozent. Du warst eben Detekt. Hast du noch das Motto auf? Ja. Einmal überfahren werden reicht. Ach, das kommt hier. Ich glaube, Julie ist tot. Ja, sie wird wieder überfahren. Nee, 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 Nils. Du hattest, du hattest ein Messer in der Hand. Oder die Bombe. Ich hatt kein Messer in der Hand. Doch, 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 doch. Ich hab Julie getötet. Ich hab Julie getötet. Ich hab Julie getötet. Nee. Es war das Outro. Ich bin dafür, dass die Allgemeinheit und der Wille... Wenn ich sag ich was, dann war ich es. Von mir aus war es Grins. Danke. Ich sag Nils, es ist es. Er hat entweder das Messer ausgepackt oder mir eine RSB angebracht. Guck mal, das Auto fährt wieder runter. Guck anhand der Spider-Man-Gun, wo es ist. Das ist unterirdisch. Ach so. Ja, jetzt fährt das. Ja, jetzt fährt das. Ja, genau. Wir können das System endlich mal rausfinden. Das fährt einmal... Fernsehen tötet Fisk. Okay, ja. Und jetzt fährt sie doch um die Gasse. Genau, jetzt haust du da. Zack so. Wiii. Gleich wieder da. Gleich wieder da. Fernsehen tötet? Ich glaube nicht. Wo ist das da los? Da! Fernsehen... Fernsehen hat getötet! Es hat Fisk abgelegt und der ist überfahren worden. Unminimal ey. Das war ein schöner Salto da. Der Arme. Hä, was ist das? Fernsehen tötet! Noch ein! Fernsehen tötet! Warum verfolgst du mich? Oh, Friendship. Okay, Kunde dann ganz schön. Nee. Mitten auf der Straße. Fisk ist schon tot. Also ich kann es gewesen sein. Fisk ist nicht. Nefi verhält sich so verdächtig. Da ist nicht mal abgeschossen worden. Ja, es war bei... Oh, der hat Dalu mich gerissen! Nee, Dalu! Oh, ja! Warte, Nefi, pass auf! Hey! Warte doch! Ich sag's doch, pass auf! Weil mein Nefi passt auf? Tautau ist safe! Der hätte unten ne Traitor-Falle auslösen können. Kunran? Kunran ist der Letzte. Ja, ich leb noch. War gut. Nefi, du bist gerade fast vor's Auto gelaufen. Mhm. Aber nur fast. Nur fast. Nur fast. Kunran ist der Letzte. Nee, ach Moment! Ja doch, Kunran muss der Letzte sein. Warum? Tautau würde ich als Safe betiteln, weil der hätte mich schon lange machen können. Ah ja. Äh... Bei mir ist der Friendship immer noch da. Ist das ein Bug? Ja. Na, der ist schon da. Ja, schau mal, ist der auch noch da. Ah ja, auf mich werden auch geschossen. Geschnippert jemand. Von wo wird denn hier geschnippert? Ja, Kunran. Von wo? Von wo? Nee, ich bin da an der Baustelle direkt über Grants. Achso. Die wollen halt nicht, dass ich den besten Spieler wiederbelebe. Da drüben da... Aber nicht in Fifa. Hehehe. Da für mich reden, Leute. Wo ist er denn der beste Spieler? Wo ist er denn der beste Spieler? Ah. Bei Snake auf dem 3310. Ah. Der hatte einmal den ganzen Bildschirm voll. Na, Kunran. Na. Was macht die beiden Hampelmann auf dem Dach jetzt? Können wir mal irgendwas tun? Er ist es. Er ist der Letzte. Ja, er hat ein Baby geschossen. Oh ja, da kam das Baby von ihm. Wo ist er? Um auf dem Dach da drüben bei Nefi. Nefi rumtänzelt. Vorsicht Nefi! Die Melone! Hör, wieso ist die auch schon? Hau da, du hast die Schock dann jetzt. Wow! Woh! Woh! Ich bin der beste Spieler in Fifa. Wie er in der Luft geplatzt ist. Nicht in Fifa habe ich ihn. Auch in Fifa. Töte mich, Maxi! Detektiv der Fee. Nö. Pilgoro. Was soll das? Nicht erlaubt in Deutschland. Wer dich, Junge! Wer dich! Nö! Wieso wird's nicht? Ich bin hier am Arsch der Welt auf dem Dach. Weil wir dein Fate kennen. Am Arsch. Kenn dein Schicksal. War deine Leiche fängt an, oder? Fängt an Friendship nicht. Wahrscheinlich wird meine Leiche im Verpacken sein, ja. Durch die Explosion, ne? Fängt an Friendship nicht. Hm, hm. Aber Gloro war so nice. Ja, das ist nötig. Nein, Fisk war der Beste. Er guckt auf den Fernseher. Uff. Ich spring jetzt im Zwilling. Ich bin mal noch gesprungen. Die haben Fände da vorweggeschmissen. Wuuu. Die Leute, die einfach nur über die Straße gehen wollen. Genau in dem Moment kommt das. Also das ist Pech. Ey, Detective. Das ist ja geil. Ey, ich bin auch mal Detective. Okay, Leute. Habt ihr das echt ausgestimmt mit dem? Nein, du warst auch schon. Ey, ich bin Inno. Das ist ja geil. Achtung. Du warst auch schon. Ich bin auch in der Runde davor. Noch! Oh! Ey! Ey, 50! Du schießt! Leute, Goro! 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 Ja! 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 Also Goro. Ne! Nils würde das als Traitor glaube ich nicht machen. Ne, ich glaube auch nicht. Äh ... Hm. Oh, nice try. Ich wollte mich einfach so einen Meter weiter nach hinten forten. Deswegen bin ich aber erst so ein Schripzer weitergegangen. Ey, du warst! Ich dachte mir, das wäre bestimmt ganz wichtig. Ich bin auch Inno, es tut mir leid. Ich mach's jetzt einfach immer ... Aber du kannst die Tür mal zustellen. Danke. Fisk traut sich nicht über die Autos zu hüpfen. Das kann einer wie nicht. Ich werd noch für richtig Schubbel sorgen. Ich hab kratsch. Ich bin über das Auto gesprungen. Ich hab's kratsch schon vermosselt. Wer hat da geschossen? Es hat sich einen Schuss gelöst. Es hat sich einen Schuss gelöst. Du darfst sich bei dem Schubbel halt nicht ducken. Müssen wir jetzt hier mal den schauen. Äh, ich darf mich auf mich aufgeschossen. Weil Goro ihn getötet hat. Und warum? Ja, es tut mir leid. Das wissen wir noch nicht ganz genau. Er konnte es sich noch nicht erklären. Er schießt auf den Detel. Er ist sowas so. Du schießt auf dich. Er ist Inno. Ich bin Inno. Ich verteidige mich nur. Ach, gegen Detel? Ja, aber was soll ich machen? Wie ich umbringen lassen? Ja, natürlich, wenn du Inno bist. Der Schrank sagt die Wahrheit. Ey, was schießt du? Jetzt reicht's mir. Wenn, dann geh ich mit Feten fahren unter. Ja, da. Es ist so, Neil. Er ist sowas so ein Traitor. Ist doch kein Traitor. Oh Gott, das ist gefährlich. Was machen wir denn? Tau Tau ist es. Ich bin Detective. Freizeit. Okay. Wo ist der Schlawine? Da drin sind Leichen. Tau Tau war gerade auf dem Poolhaus vor ungefähr 45 Sekunden. Der DNA-Scan hat es gesprochen. Tschüsse beim Poolhaus. Was? Okay, Julie. Gut gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh fuck. Aua. Da explodiert die. Glauben wir alles, was jetzt noch lebt, ist Traitor. Boah, jetzt sind wie viele Tote sind in dem Haus hier. Aua. McFly. Makaber Massaker hier, ey. Wenn alles, was noch lebt, Traitor sein würde, dann wäre die Wunde vorbei. Wieso bist du so eskaliert, Goro? Ja, außer mir natürlich. Ich hab dich doch nicht mal getroffen. Ja, das… Das… Oh, ey, du hast das Spiel verstanden. Dein Spielstil, ne? Ich hab noch nicht lange genug mitgespielt. Schöner Spuren, das war aber der Fisk, oder? Ja. Fisk kriegt die Haxen nicht. Das war… Das war Absicht, Mann. Ja, ja. Ja, ja. Das mit dir war natürlich doof, aber das ich… Das mit Nephi nicht, oder wie? Ne, das war Selbstverteidigung. Du, 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 du… Und der Schrank versucht noch zu schlichten und nicht in die Sicht zu spielen. Ich bin stolz auf meine kleinen Pardoner. Ihr lernt meinen Dialekt immer mehr. Was? Was? Ich verstehe. Was? Was will er? Was hat er gesagt? Er hat irgendwas von kein Pardoner gesagt. What he said? Ja. Ihr sprecht's immer wie bei Sets steilreichschluss. Das ist wie bei Asterix und Obelix, die Engländer immer. What he said? What he said? Wonderful. Amazing. What? War das wieder österreichisch? Ey, das Auto ist wieder unsicher. Nein, Goro! Was ist da hinten? Bist du's? Nein. Das ist ein Schrein, der mich verehrt. Wenn du da raufklickst, geh mal her ran, Goro. Die Tasse! Die Tasse! Das Auto ist Nefi. Das Auto ist Nefi. Das tut da nichts zu bedeuten. Geh Nefi. Also ich geh hier hinten hin. Geh zuerst. Kann sein, dass das Auto die Tasse am Morgen ist. Nein, dann kommen wir mal unten. Ach, wir müssen beide. Hey, Dato! Klick mal, klick mal den kleinen Mauszeiger, der da ist. Was? Passiert hier irgendwas? Noch einer hier hinten? Okay. Muss doch irgendwas passieren. Okay, das ist auffällig. Datenradar. Nefi und Juli sind hier hinten. Datenradar? Ne, ich bin da hinten gespawnt. Bist du bescheuert? Juli ist es doch. Dato ist es los. Was? Echt nichts? Juli stopp, ey was? Confirm! Confirm Juli! Confirm Juli! Confirm Juli! Confirm Juli! Das muss doch ne Traitor-Falle sein, oder? Tautor hat Juli gekillt! Aber ich bin auch ein Traitor. Tautor hat Juli gekillt! Das muss ne Traitor-Falle sein, das da. Meines Erachtens nach den Traitor getötet werden. Wer ist der? Nein, Tautor hat Juli gekillt! Das ist ne coole Frage, aber Dalo ist auf jeden Fall einer. Dalo ist confirmed dead. Dalo ist dead dead. Was ist denn der Schneeball? Das ist ne Tautor und der Dringer der ist. Ich glaub es ist nicht, Maxi ist es nicht. Nee, ist sonst halt. Ich seh gar, wo seid ihr denn? Maxi und ich kommen jetzt so. Man hat ja sogar so nen Handschuh an. Oh Gott, wo kommt die Leiche auf einmal hier oben her? Nils? Was ist denn? Nils? Hallo? Wenn Nils tot ist, ist Maxi tot. Nils, wen soll mir? Da ist einer. Tautor? Ja. Tautor hat die arme Juli hergerichtet. Ja. Es ist eskaliert. Und Juli? Juli und Nefi. Wer ist eskaliert? Nefi? Nefi plus Juli eben. Pass auf Fisk, du wirst verfolgt. Juli ist eskaliert. Nefi? Nicht schon mal Fisk. Hallo Fisk. Hallo Fisk. Hallo Fisk. Hallo Fisk. Hallo Fisk. Hallo Fisk. Lebst du noch Fisk? Ja. Lebe ich noch. Wen jagen wir denn jetzt? Fisk. Tautor, da wird geschossen, wo Tautor reingelaufen ist. Fisk ist da drüben. Oh, das unsichtbare Auto. Geisterauto. Da drin hat wer geschossen. Leute. Was heißt denn da drin, ey? Hier drin. Ich kann auch reinschießen. Da wo Tautau ist. Ihr wisst schon, dass das nicht der Ausgang hat, ne? Habt ihr ihn? Alle Maxis. Goro mit Ari. Goro. Hab ihn. Wer war's? Wer war's? Goro. Goro war's? Goro. Goro. Ich hab Nils geradet. War da echt keine Traitorfalle? Geredet? Was? Nils war Fred? Geredet. Geredet. Wo ist jetzt Tautor hin? Der ist doch auch hier reingelaufen. Dann ist es Kunran, weil der redet auch nicht. Ich red die ganze Zeit. Kunran und McFly, bitte. Kunran redet nicht, Leute. Ah, Fisk. Da ist er. Kunran lebt noch und der redet einfach nicht. Ich red die ganze Zeit. Fisk. Was ist denn? Es gibt einen Geheimgang in diesem Gebäude. Es gibt einen Geheimgang in diesem Gebäude. Es gibt einen Geheimgang in diesem Gebäude. Da, sag ich doch. Kunran ist es. Und? Was war das denn? Der Schneeball killt irgendwann. Scheint so. Wos war das denn? Und vor allem kann er plötzlich... Hier ist der Schneemann. All this time is Christmas. Frohe Weihnachten. Was ist das denn? What the fuck is happening? Wo kommst du los hin? Hast du ihn damit getroffen? Ja, ja. Hab ich. Und dann ist er irgendwann gestorben. Ja. Ich wollte zum Schneemann und es hat plötzlich hier All this Christmas so ein Lied gespielt. Vor allem hat das keiner gesehen, obwohl er das neben dem DC gemacht hat und so. Komm, Juli, wir bleiben hier und machen einen auf einen. Ja. Aber wer holt das Essen? Christian. Und ich denk so, was hat Kunran in der Hand so ein Schneeball mit dem Handschuh? Ich jag auch mal ein paar. Ich hab meinen ja auch geworfen, aber ich hab anscheinend verfehlt. Aber sehen andere den nicht? Am liebsten essen wir Menschen. Ich hab keine Ahnung. Am liebsten. Alle Goros fliegen hoch. Boah, was war das denn? Sind wir da auch irgendwas Neues? Das war ein Mord. Nee. Vom Auto, ey. Au, Goro nicht schon wieder. 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 Zau, Zau, Zau ist es. Was? Hast du Joghurt im Rucksack? Tau, Tau ist es. Nein, aber wenn man Traitor ist, ist das nicht cool. Ja, Tau, Tau ist es. Tau, Tau ist es. Tau, Tau ist es. Ich bin es. Oh, Tau, Tau, Tau. Warum ist es Tau, Tau? Hat irgendwer getroffen gerade? Was habt ihr zu eurer Anklage zu? Ich esse jetzt Schokolade, Leute. Oh, nee. Was für Schokolade? Wir haben mich eigentlich fassen. Mit Kokos drin. Wurdest du wirklich getroffen? Dann warst du Alu. Okay. Ich war viel gegangen, das war eine Reaktion. Oh, nee. Goro stirbt gar nicht. Feine Milchschokolade gefüllt mit Kokos. Ob wir nicht mehr haben,... Ja, oh, oh, wow. Oh nee, ich wollte eigentlich Fisk anschießen, und nicht die Wirts. Tau, Tau ist es. Jaja, Tau, Tau ist es. Tau, Tau ist es. Dann schieß den ab. Ich hab' ihn nicht getroffen. Oh, oh. Ey, der hat in meinem Blog meinen Weg. Tau, Tau ist es. Oh mein Abend! Stimmen wir später. Tau, Tau ist es schon dain. olic, Tau ist Tau, Tau, Tau… Guten Abend, der Schneemann auf Tau, Tau. Gens, Gwenz ist der andere. Ach du Scheiße. Gwenz hat mich im Schneeball abgeworfen. Da stand mir Weiche passiert. Ja, ich hab Gwenz erschossen. Aber er hat mir Schaden gemacht. Weg vom Schneemann, weg vom Schneemann. Ach du Scheiße. Weg vom Schneemann. Ich kam um die Ecke und ich hatte Schaden. Suicidal Schneemann. Ich hab eine Feuergranate da hängen geworfen zum Schneemann. Der schmilzt. Damit der schmilzt, genau. Rusty. Ah, schade. Rusty, der Schneemann. Mein Name ist Fly. Oh Gott. Aber er ist böse. Er ist böse, er schießt auch. Nils? Hast du ihn fest, oder? Nee, er ist da drin. Er macht aber nix. Auf mich hat er nicht geschossen. Nils? Schauen wir schon. Alter, Hilfe. Das ist die falsche Waffe, glaube ich. Jetzt alles auf eine Karte. Fisk ist der letzte. Was ist? Was fühlst du von mir? Hinten am Pool. Hinten am Pool. Hä? Hat Nils nicht auf Fisk geschossen? Nils ist tot. Ja, dann... Der linke Weg rennt. Oh, okay. Wer hat denn... Jetzt hat irgendjemand Nephi gekillt. Nein, Gott. Nein. Wieso kommen mir mehr Leute zu als den anderen? Nein. Oh Gott. Mach die Runde noch ein bisschen länger. Gott. Okay. Ich bin zu dick. Du hast nicht genug Power. Ne, wie haben wir den gleichen Planen? Die Kraft. Ich weiß es nicht. Haben wir? Nein! Sagt Bescheid, wenn ihr durch seid. Einfach zu Ende. Nein! Er kriegt den Ball einfach nicht hoch. Er kriegt den einfach nicht hoch. Er kriegt den nicht hoch. Oh! Oh! Shit! Nein! Nein! Es muss von hinten einer kommen und damit anschieben. Doch... Ich lade mich auf. Oh Gott. Ich sorge für den Überdruck, ey. Wie spielt euch! J场! Zял. Zęуляр. Oh Gott. Er ist einfach vor mir eskaliert. Wie weit das Ding noch geht, ey. Hat der doch getroffen oder nicht? Ne, oder nicht? Koro hat sie ganz gut auf den Schneemann erwischt. Last Man Standing. Last Round Performing. Forming. Last round before Christmas. Weihnachten. Echt? Schon so weit? Ja. Weihnachtspause. TTT. Weihnachtspause gibt's hier nicht. Keiner von euch war artig. Zu Weihnachten laden wir auf Bezahlseiten TTT hoch, damit die euch zu Weihnachten machen können. Was? Du warst nicht artig, Juli, dieses Jahr. Ich bin immer artig. Und dann kurz nach der Weihnachtspause gehen wir auch schon in die Sommerprobe. Was heißt denn, wenn wir deine Verhältnisse sind? Ich komm immer brav zu TTT. Hey, ich hab den jetzt an. Mehr muss ich nicht brav sein. Oh Gott! Die meisten Leute kennen sie ja wahrscheinlich unter dem Namen Geeksgrit. Oh Gott, Fisch, Vorsicht. Was hat mich da so angehört? Geeksgrit. Ange- Hey, da schießt einer. Das war Detective Rant. Das war Goro, ist also der Trait. Ja, oh, Ernst, geht's. Oh Gott. Entschuldigung. Hey, wer hat sich ein bisschen künftig vorgelegt? Ah, ja, oh, das geschieht ihm recht. Und wieder überfahren worden. Ah. In meinem Kreuz in der Straße. Ey, lernt man in Dänemark nicht nach links und rechts zu gucken? Schrauben wir mal. Das war nur Kutsch. Nein, wir haben Ampeln. Euch wird das Schicksal auch noch ereignen. Alle fünf Meter für Fußgänger. Da bleibt mir nur noch eins zu sagen, brennende Hölle. Eigentlich fahren wir alle Longboard. Nein, ey, wir müssen ihn löschen. Nein, ey, nicht auspinkeln. Auspinkeln? Das ist auch hier kein Postal. Burning Man, Leute. Burning Man. Ich hab versucht, den brennen. Hinter dir, Nils. Nils, hinter dir. Oh. Der hat ne Dix in der Hand gehabt. Oh, Nils. Wir werden hier erfahren, was er war. Nein. Ey, wer rangeht, wird auch angefackelt. Au, au. Ey, ich bin Detsch, du Sau. Nefi, der Fireman. Das geht jetzt hier völlig zu Ende. Was denn? Guck doch auf die Punkte. Ich bin hier der Bessere. Hier auf der Straße. Ich warte aufs nächste Auto. Nehmen wir mal. Die ist auch weg. Ja, oh, oh, oh. Der wurde mitgerissen. Hier wurde nochmal mitgerissen. Hast irgendwie ein kleiner Feuerteufel hier, ne? Ja, ihr könnt euch duellieren. Wer kann sich duellieren? Ja, Julie ist es auf jeden Fall. Der Dete kann eskalieren. Okay, Dete kann eskalieren. Umlauf, ah. Ah, Namen, Julie, oder was? Nee, Julie ist vom Dach runtergefallen. Ich hab mir nur das Dach sagen sollen. Dach, Dach, Dach. Das Dach war es? Ich glaub, Tautau ist es. Stierp. Hi. Kannst du mich, äh. Ja, doch, das klang ziemlich nach Tautau. Was, kann ich pumpen? Es hieß doch, das Dach war es. Also, es stirbt. Da sehen wir nicht. Ach so. Maxi. Halt, warte. Erst mal gucken, ob sie später war. Hä? Warum hast du, warum? Was denn? So. Ach so, zum Heilen. Hallo? Bitteschön. Yay, danke. Hier, Julie, du bist ja safe. Du kriegst dafür das hier. Was ist das? Fackel sie alle ab. Druck E, drück E. Okay. Oh. Die sollen alle in der Hölle brennen. Hey, Kundran hat hier neben der Fakke abgeknallt. Das ist ein Traitor. Ach so. Er hatte ein Baby in der Hand. Ah, okay. Hä? Oh. Ey, Tautau ist auch safe. Tautau war es nicht. Und schon wieder ist Julie gestorben. Ja, Fisk ist es dann. Immer ich, wenn ich eine Friendship zunehe. Kannst du Julie nochmal wieder bilden? Wo ist meine Waffe, Julie? Nee, ich hab keine Punkte. Wo hast du die? Da gibt man ja einmal die Waffe und jetzt ist sie weg. Nee. Wer ist es nochmal, Nefi? Fisk. Ist er bei dir, Tautau? Nee. Ach so, das ist Tautau. Okay. Alter. Hey. Was denn? Ich bin auch Date. Ja, ihr verfolgt mich. Ja, weil du ja auch safe bist. Ach so. Däh, 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 däh. Fisk, wo versteckst du dich? Ach, er ist im Waffenladen. Aber er wird überfügt. Oh, Gott. Aber Frohn habe ich noch geachtet, aber das weißt du nicht. Shit. Erkunde mit seiner Erfahrung, er weiß das natürlich. Warum redest du doppelt? Go, go, redet. Ingame. War du gerade abmodeliert, oder? Das war die letzte Folge. Ja, ja. Ciao. Ciao. Die letzte Folge vor Weihnachten. Alter, fies. Ciao.